Eine blonde Frau steht vor der Himmelspforte und klopft an. Ach du Scheiße, was wollen Sie denn hier? Na, ich will in den Himmel. Das geht nicht. Das ist für die anderen viel zu gefährlich. Petrus, Sie lassen mich jetzt sofort rein. Nein, Sie haben Ihr Hausverbot. Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Bitte fahren Sie mit dem Aufzug 30 Stoppwerke nach unten. Petrus, ich zeig Sie an. Ich überschütte Sie mit Falschersagen, wenn Sie mich nicht sofort reinlassen. Nein, das geht nicht. Bitte fahren Sie mit dem Aufzug. Lucifer erwartet Sie schon. Petrus, ich zeig Sie an. Ich verklag Sie. Ich werde eine einstweilige Verfügung gegen Sie beantragen. Torsten, Polizei, Rechtsanwalt. Ah, Fred, was machst du denn schon wieder hier? Ich hab dich doch in meinem Garten vergraben. Scheiße, warum buddelst du dich immer wieder selbst aus? Ah, ich dreh durch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.